Ja, ja, gefällt mich. Gefällt mich. Macht 211 Schaden, im Gegensatz zu dem, den ich vorher hatte, ist das irgendwie... Was ist es denn jetzt? Ist ein Sniper. Okay. Wo seid denn ihr? Ich habe doch verwunscht auch meine Waffe ab. Du beklagt sich doch, dass er keinen Schaden macht. Nee, das hat er noch nicht gesagt. Ist egal. Boah, dass ihre Crits nicht so hoch sind wie unsere. Was für Crits? Mein Schaden generell ist für ein Arsch. Die ist denn? Für Crits? Weiß ich nicht. Alles für ein Arsch. Ich gehe nach Hause. Und wann? Weiß ich auch nicht. Ja, wenn ich meine alte Sniper gebe, würde man nicht viel bringen. Nee, passt schon. Wo seid ihr hin? Wo hast du was hinter dir? Ah, ich sehe euch schon. Kommen wir nicht weg. Ja, wir machen mal nicht rum hier. Kann da halt nicht weg. Wie kommt man denn zu euch? Ich sehe meine Feststellung. Ach, hier um die Ecke rum. Du musst da Geld übersehen. Ja, ich muss immer ein Stückchen zurück hier warten, bis ich ihn hier geweckt habe. Aber nein, aus irgendeinem Stückgrund... Soll ich? Nee, lass es. Oh, ja, das ist okay. Das macht doch Schaden. Das ist doch gut. Ich kann da ja drüber hinwegsehen. Ja, ja. Du stehst da drüber. Ich weiß. Jo, 1200 Kripp. Das ist doch... Na ja, nicht, dass du den Fahrstuhl nochmal benutzen darfst. Ich hab ein Medikrit gefunden. Mach ich da einen Lava runter. Nimm dir vorher deine Items weg. Ah. Das machst du so oder so. Zeit, hier durch diese Höhle? Bist du überall Höhle? Warte, ich hol dich mal. Ah, links rum, links. Ich hol dich ab, ich hol dich ab. Richtig finde. Hm, ich sehe immer eure Pfeile, aber ich weiß nicht, wie ich zu euch komme. Warte, 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 warte. Du bist fast bei mir. Ja, hier, hallo. Vielleicht noch in Deckung gegeben hier. Du, ich hab da so ein Hinterkopf, wenn es hinbekommen ist. Ah, hier rum. Ah, ich bin da weitergeleitet. Okay, glaube ich. Egal. Hinten kommen jetzt nur ein paar mehrere Toll-Sniper's leer. Ja, die stellen jetzt wirklich super mit der Sniper, muss man sagen. Ja, lasst mich jedenfalls einfach wieder sterben. Ich baller dir gerade die Jungs da weg. So. Was soll das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Oh, was war das? Das war bestes. Ich mach doch hier magische Effekte. Ah, ja. Nette Kampfuntermalung und so. Sniper-Gewehr, weg ist es. Ich wollte nur die Munition. Ich liebe das einfach. Nein, nein, das reicht schon. Ich will es gar nicht mehr sehen. Hier ist doch eine Kiste. Oh, jede Menge Kisten. Guck mal rein. Ah, Muni. Nix zu gebrauchen. Ah, der Tisch. Ich hab das Quest-Item gefunden. Nix zu gebrauchen. Ja, ja, ja. Können wir Claptrap reparieren. Nix zu gebrauchen. Wundervoll. Ich könnte mal Heilung brauchen. Moment, ich kann mich mal heilen. Oh, fast. Ah, der spriegt mich an. Weil du warst ja echt low. Dann kommt der voll. Oh, hilfreich. Ja, wenn ich schon vorne stehen muss dabei. Wenn ich schon Nahkampf machen muss, dann macht das natürlich Sinn, weil ich dann halt auch, äh, dadurch ein bisschen Leben kriege. Naja. Wird ja auch sein können einfach, ne, dass dann deine Rüstung ein bisschen erhöht wird. Sieh zu. Hätt dir nicht gedacht, dass das Spiel so gnädig ist. Das ist sehr, äh, kack-gut-freundlich, das Spiel. Ja. So, ey. Hätt dir so'n Speck auf Kuschelkurs. Wär ich auch. Ich hab meinen angezündet jetzt. Jetzt markern mich nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt hab ich den zweiten. Mensch, hat der irgendwie Fanbaits aufgebaut inzwischen. Hab ich den dritten, der mich schubst. Das ist der bestest Fanclub. Leicht. Hab ich mich schon immer vorgestellt. Wo ist er denn? Ach, da. Hier, Fein. Dich verspeisen wollen. Teilweise brennt. Die sind ganz Feuer und Flamme, die zu sehen. Die Pistolenkenntnisse auf Level 5. Ich wusste gar nicht, dass es so kennt. Ja. Wo geht? Jetzt weißt du's. Bin nicht aufgefallen. Du hast den Schatz gesehen. Gerade stand das oben in dieser Aktionsleiste, indem ich das mal ganz oben auf dem Bildschirm. Okay. Bestes Pistolenkenntnis im Nr. Level 5. Mach ich dann dadurch einfach mit Pistolen mehr Schaden? Wahrscheinlich. Muss ich mir das nicht vorstellen. Ganz genau weiß ich's auch nicht. Was ist das hier? Vorsicht, ihr habt dann auch das Geld. Das ist Geld. Nee, das war hier so irgendwie ein Figürchen oder sowas. Verdoppelt. Äh, diese Figürchen sind auch Geld. Ach so. Das ist einfach nur, das ist dann keine Dollar, sondern das ist dann so eine andere Art Darstellung einfach. Hier ist noch ein Medikit. Waffen, Waffen. Das ist gut. Wo ist denn? Mach mit. Hinter dir. Noch mehr Waffen. Und ich nehm sie alle nicht mit. Hier bei mir. Ah, ich komme. Wo ist Verwunschten schon wieder? Ach. Du fahrst die ganze Zeit hinter uns und zack, Fumms. Wo ist denn sie schon wieder? Ja, ich bin irgendwo runtergefallen. Oh. Ähm. Ähm. Ich geb euch ne eigene Quest. Mit mir. Ähm. Ähm. Nee, geh mal in die andere Richtung. Obwohl... Will die keiner? Also ich nicht. Ich bin auch voll, glaub ich. Aber ich hab noch Platz, dann nehm ich sie erstmal mit. So. Ich hab ja die Quest beendet, ne? Ja. Eine der Quests. Hä, 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 hä. Und nun? Nun, müssen wir noch ein Kristall einsammeln. Oh, ich wollte mich jetzt erschrocken. Meine Fresse. Ah, ne, haben wir auch schon. Ach, herrje, wir sind gänzlich fertig. Oh. Wie bist denn du der A jetzt? Wir sind fertig. Wir können raus. Dann lass uns doch rausgehen. Andere Richtung. Andere Richtung? Ja, fürs Mammut. Ach so. Der lief auch nicht vorbei. Ähm. Das wird schon irgendwie. Jetzt hier. Ja, hier läuft richtig. Jetzt hab ich mich verwirrt. Ah, da. Äh. Folgen Sie mir. Habe ich immer noch so wenig Leben? Ich hab doch schon jede Menge mehr die Kids eingesammelt, ja? Die bringen, glaub ich, auch einfach nicht viel. Die Medikits mehr. Wow. Ja, aber ich renne hier mit 52 Leben rum. Also ein Medikit bringt doch 40 oder sowas, ne? Wow. Ja, doch, jetzt mach ich auch schön Damage mit der Waffe. Schön. Und der Wunsch macht auch noch irgendwann Schaden. Halt, ich hab Schaden immer mit dem Sniper halt gemacht, aber nicht mit dem SMG. Aber jetzt mach ich mit dem SMG sehr, sehr zügig halt so 100er Schaden. Ja, so richtig Schaden mach ich auch nur mit dem Sniper. Waffen kaufen hier. Munition. Mhm. Äh, wir haben doch irgendwas gekriegt. Kann man das nicht wieder irgendwie anlegen? Ich hab grad einen Metar-Upgrade bei mir. Damit haben wir dann drei Items, die wir mehr tragen können. Mhm. Ist gut. Ja, das ist gut. Wie verkehrt. Und ja, die Waffenfertigkeiten erhöhen halt Schaden nach Ladegeschwindigkeit und Schussrate und sowas. Zielgenauigkeit teilweise. Hm. Wo hattet ihr denn jetzt hier einen, äh, Barge-Upgrade zum Ertrank? War das jetzt die Besten? Oder wie? Im Invertar, also das. Ah ja. Aktiviert. Oh, äh, die Medikation, so ein Witz, äh. Bald gibt's neue. Zoon. Wir sind ja auch bald durch Akt 1 schon mal durch, kann man fast sagen. Ich meine, noch dauert drei Stunden, ne? Aber bald. Bald zoon. Feuereffekte. Schreieffekte. So viel lang wäre das. Glühirnchen-Effekte. Feuereffekte. Feuereffekte. Hast du dir den kleinen Zeh gestoßen, ja? Ja. Geht's dir nicht gut? So, ich wollte auch noch... Nein. Aus... Sitzplatz. Fui. Lass mich in Ruhe. Okay. Stinks. So, hab ich jetzt... Äh, ja. Wollen wir mal was? Lass uns los! Kämpfe! So, so. Jetzt hab ich alles. Außerdem kann ich das auch. Nichts. Kann ich drücken? Komm her, du. Kann ich drücken? Ja, ja. Siehste? Wann's auch. Nix da. Und ich hab sogar noch ein Schwert in der Hand. Gott, was hab dich angestellt. Alle verlangen genug, du. Das ist furchtbar, ne? So, jetzt müssen wir einmal hier ein paar Köst... Okay, mal wieder. Sind noch alle da? Nein. Weit weg. Fahr weiter, Bruder. Los, weg hier. Hey, wir müssen ja mal wieder zum Arsch der Welt. Hey. Wo müssen wir denn hin? Zurück, ne? In die Heimat. Das hat denn ein poppeles Maschinengewehr. Oh nein, wie langweilig. Damit treffe ich doch nix. Sollst du auch nix treffen. Sollst du mitfahren. Musst du irgendwas tun, dabei? Nein. Doch. Mach, dass die Luft stinkt. Das reicht. Ähm, okay. Das kann ich. Hast gelernt, ja. Ja. Ja, na tut's. Ihr Schweinchen, ihr. Trinkt ein Schweinchen. Doch, doch. Nein, nein. Wir duschen nur wenig. Doch. Und kriegen doch alle noch mal Schockschaden für unsere tollen Fähigkeiten. Da fliegt ein brennender Vogel. Hm. Haben wir das denn da nie alles? Äh, warte. Eine kann es noch abgeben. Hier ist Post. Sie haben Post. Mit Geld? Nein, war irgendeine Munition drin, die ich nicht brauche. Was haben wir denn da jetzt instant überfahren beim Losfahren? So ein kleines. Ein kleines. Ein kleines. Ein kleines. Ah, jetzt habe ich wieder hier eine vernünftige Waffe. Das ist doch schön. Ja, das war auch mein Auto. Ja, perfekt eingeparkt, Mammut. Ich war das nicht. Ja, klar warst du das. Verdammt, ich war das. Ich war das nicht so, dass ich hier hinten reingefahren bin. Nein. Ich wollte es ja schon sagen, ne? Ja, schrei das Auto an. Ja, hat funktioniert. Du hättest. Du hättest. Wie wächst denn da nicht so dicke fest? Wo müssen wir denn wieder hin? Oh, okay. Okay. Wir fahren schon mal vor. Müssen wir jetzt laufen? Nein, ihr könnt euch da ein neues Auto generieren. Die Läden haben ein neues Inventar. Ich probiere das jetzt hier raus. Nee, ich kann es nicht neu generieren. Oh, ich habe es rausgeprügelt. Hast du schön gemacht. Wo fährst du hin? Ich habe gemerkt, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Ich habe mich über einmal mit Profis hier. Wir schießen hier noch ein bisschen ab für XP. Du hast Looping gemacht. Der schreckbar. So klein. Wirklich so. Aber für Looping hat es gereicht. Schön, dass es aber auch gut war und auf dem Reifen wieder gelandet wurde. Das kleine Ding ist hier. Wir haben gerade auch einen Salto gemacht. Da willst du drüber machen. Die seitwärts Rolle. Du, Barrow. Oh Gott. Die Irren kommen schon wieder. Wir verbringen einfach zu viel Zeit mit. Hast du uns jetzt die Irren genannt? Nein. Dann kommen aber auch gar nicht aus Irland. Ich traue mich jetzt nicht wieder halt den Eingang zu drücken, weil, ne? Sonst schmiert es bei einem wieder ab. Ja, genau. Lass das Mammut machen. Dann ist das selber schuld, wenn er rausfliegt. Genau. Hahaha. Anfang,…